Hallihallo Hallöle und willkommen auf der Insel Paradise Bay So, Ernteaufgabe Tiki-Tiki-Ba Tiki-Ba 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 So, wir hatten noch so eine Tau-Aufgabe hier Das müsste man jetzt sagen jetzt Und wie so oft natürlich Ich habe es wieder nicht geschafft nebenbei zu zocken Nein, habe ich nicht Leider nicht Ah, neue Tau-Aufgabe Ja, sauber Ja Schau mal einer an Nein, habe ich nicht Geschafft Oh, noch ein bisschen ist Tag ist noch Ob ich das schaffe, das weiß ich jetzt Weiß ich ehrlich gesagt nicht Steht irgendwo in den Sternen Wahrscheinlich schaffe ich hier gar nichts Oh, 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 oh Wir fahren mit der Kutsch So Ja Na, hallo Lalalala Äh Ich wollte die Mann, die Kleine hier Alter So Geht auch nicht Wie sieht sie aus? Ciao So Da wird ein Schulhaus Lalalala Nein, da wollte ich nicht Da wollte ich hin Yay, gib her den Hering Gib her den Hering Lalalala 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 So, damit haben wir auch schon wieder was fertig gekriegt Das ist schön Sonst wenn man einfach nebenbei nichts schafft Sonst wenn man einfach nebenbei nichts schafft Aber das ist auch noch ein bisschen ne So ein bisschen durch die Internetleitung hier Das dauert dann immer Ich muss jetzt nachher noch Folgen einplanen Ich muss unbedingt nachher noch was aufnehmen Weil sonst reicht das auch schon wieder nicht Also es ist eine Qual manchmal Und hier kann ich mich mal einfach so spontan aufnehmen Und sagen Ja, ist kein Thema Das rendere ich Und dann lade ich einfach mal sofort hoch Weil Ja Wie gesagt Das Internet ist hier Echt eine Qual Lalalalalala Plupp Das Internet ist einfach eine Qual hier Glasfaser ist bei manchen jetzt schon mit Das ist mittlerweile bei uns in unserem Popelsdorf angeschlossen Das ist schön Bei mir haben sie manchmal angefangen zu graben Das finde ich sehr, sehr traurig Jetzt bei mir noch nicht anfangen zu graben hier irgendwo in der Nähe Ich glaube, die hassen mich oder so Ich weiß es nicht Auf jeden Fall will ich mal gucken Bei uns gibt es jetzt auch von der Telekom Ich glaube ab dem 12. und ab dem 13. und 6. Gibt es schmieleres Internet Ein bisschen Dieses Vectoring Und da wollte ich mal nachfragen Wie es denn da ausschaut Wie die Verträge da so sind Ob es da auch vielleicht drei Monatsverträge oder so gibt Bis ich dann endlich den Glasfaseranschluss habe Oder vielleicht einen Jahresvertrag Da muss ich eben zweigleisig fahren Was vielleicht auch nicht unbedingt so schlimm ist Wobei ich eigentlich mit dem Gedanken am Spielen war Gegebenenfalls nochmal meine Kiste hier umzurüsten Beziehungsweise mir eine andere Kiste wieder zuzulegen Ich meine, die ist hier nicht schlecht Aber ich brauche noch eine Die würde die Fae kriegen Ich würde Fae's Rechner Das ist auch mein alter Rechner, den die Fae hat Das ist mein voriger Rechner Den würde ich dann als Renderrechner Umporkeln Weißt du, da würden da einfach nur Generell nur Nur Render Rendersachen drüber laufen Das andere würde ich da Weiß ich nicht Vier davon Ja, das sollte man so hinkriegen Ähm Naja, oder auch nicht Okay, dann würde ich da einfach Den Rechner drüber laufen Also das Render einfach drüber laufen lassen Wie gesagt Ich will ja unten auch noch umbauen Ich hätte unten noch die Chance Ein Büro Zu machen Beziehungsweise dafür muss ich erst Einen hinteren Raum umbauen Damit das Ein Jugendzimmer wird Man sagt ja nicht mehr Kinderzimmer Ja, im gewissen Alter Darf man das nicht mehr sagen Der Junge ist 13 Ja, darf man das nicht mehr sagen Dann Kinderzimmer Gibt's sofort Ärger Ich bin ein Teenager 13 ist mal ein Teenager Das heißt halt nicht mehr Kinderzimmer Dann bist du sofort gelüncht Wenn du Kinderzimmer saßt Das heißt Jugendzimmer Die wollen ja auch kein Bett näher Die wollen couchen Oder ein Couch-Bett Das ist Das ist Ah ja Das ist Nicht 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 einfach Es ist Nicht so einfach Teenager sind Kompliziert So Jetzt sind raus Teenager sind kompliziert Ein Geheimnis wurde gelüftet Ein Äh So schlimm ist es glaube ich dann doch noch nicht Oder? Ich weiß es nicht Ja, da kommen auch noch Holz weiter rein Alles klar Wir können noch nicht umbauen Aber wir können hier dem Finn Finn Davon hast du mir noch nie erzählt Du hast mich nie gefragt Aber dann habe ich ihn Mehr Äh Nicht mehr gesehen Seit ich klein war Der kleine Finn hat einen Bruder Was ist Ihm passiert? Darüber will ich nicht reden Keani Ich habe Hunger Handelsmeister Gib Finn Mittagessen Essen Okay Finn Das Gespräch ist noch nicht vorbei So Was will der kleine Finn denn essen? Was? Äh Lila Torte Hier Dauert auch nur drei Stunden Das gibt's ja nicht La L Dauert ja auch nur drei Stunden Für den kleinen Happenpappen Einmal kleiner Happenpappen Ne? Drei Stunden Auch wenn der Hunger hat Da geht's Kein Weg dran vorbei So Ein Schwein Ey wir haben noch eine Geil Äh Keine Ahnung Specht Ich weiß es nicht Naja Hübscher V So Lalalala Lalalalalala Lalalalalala Lalalala Mäau Die können wir auch eigentlich dann verkaufen hier oder? So ein bisschen wenigstens Was will er denn sonst noch? Achso davon will er auch noch Ich bin manchmal so Kiri 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 Ähm Das schaffe ich doch niemals Viel zu viel Die wollen alle viel zu viel Ja Ja auf jeden Fall Ähm Wenn ich dann unten das umgebaut habe Dieses Teenager Zimmer Beziehungsweise das ist ein ehemaliger Partyraum Den würde ich umbauen Als Teenager Zimmer Und dann würde ich das Jetzige Teenager Zimmer Weil bei uns ein Durchgangszimmer ist In den Wie nennt man das? Wirtschaftsraum Nennt man das so? Wo die Waschmaschinen und so weiter stehen? In dem Wirtschaftsraum Das ist so ein Durchgangszimmer Das würde ich dann als Büro machen Also der Raum ist ein bisschen größer Als mein Kabuff hier Und da würde dann eben Platz Auch für mehrere PCs sein Und da würde ich eben halt Den zweiten Rechner dann hinstellen Zum Rändern So hätte ich es mir gedacht Aber wie gesagt Ich brauche Ich brauche echt Schnelleres Internet Es ist echt Echt nicht mehr auszuhalten Ja Ich werde schon Echt aggressiv langsam Mit dieser langsamen Internetleitung hier Und dann beim Hochladen Und so weiter Es ist echt Man wird einfach nur noch Aggressiv So Wickelzweihand Oh Wickelzweihand Fisch Alles klar Wir kochen Fische Ist je kein Problem Machen wir Wenn es denn so gewollt ist Dann machen wir auch das Hey So Wir können aber ein bisschen Verkaufen 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 Oh Ja wir haben Wir sind eigentlich So Stoff haben wir auch Die gehen bestimmt Weg Hier haben wir noch so eine Wickel Wollten bestimmt eine Zündschnur Machen oder sonstiges So Und fünf Hier Segel Die können wir auch verkaufen Das ist auch kein Mensch aktuell gerade Hoffe ich Ansonsten habe ich Pech gehabt Lalalala Oh Und schon Erst Erste wieder verkauft Das nächste wird gleich Direkt In einem Mit Verkauft Und da haben wir wieder was verkauft Das ist geil Läuft schon sehr gut Hier die brauchen wir auch nicht Komm die können wir auch Verkaufen Wir brauchen die Kohle Sonst können wir das nächste Schon wieder gar nicht Bauen Jetzt können wir das nächste Gar nicht bauen Und das wäre schlecht Wenn wir das nicht Tun können Machen wollen Tun Wie auch immer Nein Mist So Straßblumen können wir auch verkaufen Habt gerade gesehen Ich hab den neu gesehen Ey Versteck dich nicht Da So Brauchen wir auch nicht Mach weg damit So Zack 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 Alles gut Alles wird gut So Zack 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 Gehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr Geld raus Dann Hier Der David Der kauft recht viel Wie ich gerade sehe Was Mir eigentlich relativ gut zugesagt Wie gesagt Ich weiß gar nicht wie viel Kohle Wir brauchen Ich gucke gleich nochmal nach Das nächste Geschieht So Was brauchen wir denn da 200.000 So Dann weißt du Bescheid 200.000 Ne Ist nicht mal so ein Pappenspiel Ich glaube Machen wir den Rest Machen wir gleich So Wir müssen mal hier Plündern Jo So Was haben wir denn hier Alles wieder da Alles ist ja laut Wir haben einen Schlüssel Ein Schlüssel Und wir kriegen einen Stein Ja Eine C Oder was auch mal So Und Es gibt den nächsten Schlüssel Und Kohle Das ist auch immer schön Und nochmal Kohle Yes Alter will er mich jetzt Vor Alba nehmen Mit der Hände Oder was Einfach Oh In der Kiste Alarm Ja geil Ach Alter Achso ist auch der letzte Deswegen Ich glaube kaum Dass wir hier nochmal Was Hey doch Oh Und ein Sticker Ein Tiersticker sogar Ja Geil Ja gut Heute werden wir Nicht lösen können Auch mal 5 von 6 Haben Das wäre jetzt Natürlich was 6 von 6 Ne Ne Ja 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 lecko Funny Dann heißen wir eben Komplett Schön Ein kompletter Arm Und ein komplettes Schulterblatt Noch heute sind die Gelehrten unklar Darüber Wofür Diese kurzen Arme gebraucht Wurden Manchmal sind die Annahmen Dass sie Zum Umarmen Da waren Andere Wiederum Vertreten die Ansichte Dass sie Fürs Aufstehen Verwendet wurden Falls das Tier mal Viel Tyrannosaurus Rex Ich muss nur noch Ein Abtauch Der Gliedmaßen Machen Ich taufe dich Tyrannosaurus Rex Zwei komplette Dinos Ups So schnell Wollt ich nicht lesen Ähm Ja Ja So Jetzt kam Käme der Relikt Bogenschütze Aber dafür Äh Ja Ich glaube Da ist heute Echt nichts mehr Dann da Damit haben wir Den komplett Eigentlich Abgefrühstückt Hier erstmal Und ich würde Ein Molte Ähm Und für den Tyrannosaurus Rex Wuff Wuff Würde ich gerne Wo ist denn eigentlich Unser 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 Einer Dino Atta Guck mal Ähm Hallo Nein Du sollst dich Ja Der kann da ruhig stehen bleiben Ich finde der macht sich echt super da Ah Mann Lalalala Lalalala Hey Wir bleiben Die noch Reule Ich tausche gar gegen Gerne sogar So Das heißt wiederum Wir kriegen unser Lager Ein wenig Größer Auf 610 Zack Damit haben wir es Größer Die Lagerkapazität Und Hier fehlen uns noch ein paar Ein paar Eine eigentlich Eine Märmäh So Und dann würde ich auch so Das machen Ja Sehr gut Lalalala Das gibt Punkte Das gibt Punkte Und EP Das tut mir doch Gar nicht weh Hahaha Wie gesagt Gibt Geld Und an Geld Sind wir interessiert Genau wie hier Da hat der Pepe gekauft Pepe Danke Und dann Was brauchen wir da? Was ist denn das? Eins, zwei, so. Eins, zwei, so. So, ähm... Hm, hm, hm. Mhm. Jujujujoo. Tidim! Und beziehungsweise nur mit 5 freigeschaltet. Shit. ich brauche echt jetzt freischalten für 213 213 5 fehlen mir eine goldene jeweils das schlimme ist, du kriegst ja eh nicht, weißt du? naja ich weiß nicht ja komm, die tauschen war nochmal ruf geschisselt naaa so, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein ich sag mal Arviderci und wir sehen uns dann, wenn ihr denn wollt nächste Woche wieder so, aufnehmen natürlich am 2.6. das heißt, die Folge kommt am 3.6. das heißt, wir sehen uns dann am 10.6. wieder, wenn ihr denn wollt und, äh, ja schauen wir mal, was wir dann erreichen können oder könnten oder was auch immer auf jeden Fall muss ich jetzt noch eine Folge äh, Sitzschreibers äh, Sitzschreibers äh, Sitzschreibers aufnehmen die kommt nämlich am Rundtag für euch und dann, äh, schauen wir einfach mal ja, vielen lieben Dank und äh Ciao mit V Euer Joni Ehhh Ehhh